Wir fangen an mit dem Silver Pirate mit jeweils zwei Stück. Der hatte schon sehr gut Druck für so einen kleinen Böller mit 0,8 Gramm Schwarzpulver. Der war sehr dumpf und hatte auch sehr gut Druck. So und jetzt machen wir weiter mit dem roten Corsair mit 1,5 Gramm Schwarzpulver. Ach du Scheiße, der hat richtig viel Druck wie alte deutsche Kanonenschläge, man glaubt das gar nicht. Richtig heftig und am Arm noch angeschossen worden von dem Gipspropfen. So und jetzt die Crème de la Crème, Fire Event. Wer? Der King oder King Cobra? King Cobra. Okay, King Cobra. Der aus dem letzten Jahr. Der Kollege versucht ihn erstmal hinzustellen. Lassen wir ihm die Zeit. Der Boden ist etwas uneben. Und ich geh jetzt mal lieber weiter weg. Und jetzt noch Neuheit, oder ja die Umlabelung von dem King Cobra in diesem Jahr. The King von Fire Event. Auch lieber schnell weg hier. Wow.